Ich komm in dieses Café rein, das Café Ful. Ich kam rein, da waren bestimmt 30 Mann. Bayern, Mann, so ein Typ, voller nicht schlecht. Jetzt steht mir Bushido an dem Tisch auf und sagt, hör mal zu. Wenn ich sag, ich ficke dich, dann ficke ich dich auch. Ich hab gesagt, du ficke mich niemals, Kollege, niemals. Soll dieser Breite da sagen, der fickt mich? Kann sein. Ich komm in meine Wohnung rein, Besuch Ful. Ful. Bock an 30, 40 Verwandte. Ich denk mir, war ja, war nicht schlecht. Komm rein, Marhaba, Salam, so, von Weitem. Steht mir allen Ernstes mein Onkel auf und sagt, hör mal zu. Wenn ich sag, du küsst meine Hand, dann küsst du meine Hand auch. Ich sag ihm, ich küsse deine Hand niemals, Kollege, niemals. Soll mein Opa mir sagen, küsst meine Hand? Vielleicht. Aber ich küsse deine Hand niemals, Kollege, niemals. Mit wem küsse ich? Ich komm in dieses Shisha-Café. Okay, die Shisha kratzt. Kratzt. Wala, schmeckt nicht. Kommt mir allen Ernstes der Kellner und sagt, hör mal zu. Wenn ich sag, die Pfeife kratzt nicht, dann kratzt sie auch nicht. Respekt an den Ladenbesitzer. Er hat sofort eingegesitzt und hat gesagt, ich mach dir neuen Kopf, kein Problem. Ich hab seinem Arbeiter gesagt, ich rauch deine Pfeife niemals, Kollege, niemals. Soll der mir eine vernünftige Doppel-Apfel-Pfeife bringen? Ich rauch, kann sein. Aber ich rauch deine Pfeife niemals, Kollege. Merk, mit wem rauch ich? Ich spiel das neue FIFA-Mannschaften full. Full. Locker, tausend Mannschaften. Steht mir, war ja mal da geil. War ja geil. Steht mir allen Ernstes mein Kollege mit Controller auf und sagt, hör mal zu. Wenn ich sag, du wählst Wolfsburg, dann spielst du auch mit Wolfsburg. Ich wähl Wolfsburg niemals, Kollege, niemals. Sag, soll der mir sagen, spiel mit Barca? Vielleicht. Sag, spiel mit FC Bayern, kann sein. Aber ich wähl Wolfsburg niemals, Kollege, niemals. Sag, mit wem spiel ich? Sag, ich guck auf mein Highspeed-Internet. Full. Full. Kommt mir ein Ernst mein Kollege und sagt, hör mal zu. Wenn ich sag, du gibst mir einen Hotspot, dann gibst du mir auch einen Hotspot. Ich sag ihm, ich gib dir einen Hotspot niemals, Kollege, niemals. Sag, soll der mir sagen, gib mir WLAN-Passwort von zu Hause. Vielleicht, kann sein. Aber ich gib dir einen Hotspot niemals, Kollege, niemals. Sag, mit was surfe ich? Leibke, ich guck auf mein Tank. Benzin. Full. Full. Locker, 400, 500 Kilometer Reichweite. Ruf mich allen Ernstes mein Kollege an und sagt, hör mal zu. Wenn ich sag, du holst mich ab, dann holst du mich auch ab. Ich sag ihm, ich hol dich niemals ab, Kollege, niemals. Black, soll der mir sagen, gib mal 2,30 für Bus-Ticket. Vielleicht. Leib mal Fahrrad, kann sein. Aber ich hol dich niemals ab, Kollege, niemals. Black, mit was tanke ich? Black, ich guck in mein Portemonnaie rein. Mein Portemonnaie leer. Leer. Da waren locker 2, 3 Euro drin. Das war ja mal ein. Walla, schlecht. Steht mir allen Ernstes mein Kollege in der Dönerbude auf und sagt, hör mal zu. Wenn ich sag, du gibst mein Essen aus, dann gibst du es auch aus. Ich sag ihm, ich gib dein Essen niemals aus, Kollege, niemals. Black, soll der mir sagen, zahl mein Durstlöcher. Vielleicht. Zahl mein Iron, kann sein. Aber ich gib dein Essen niemals aus, Kollege, niemals. Black, mit was zahl ich? Ich sag, ich guck dieses Video von Joko, das Video, lang, lang, locker, 3, 4 Minuten. Ich sag, ich like und teile dein Video. Alle, Ayuda. Nur für unseren Respekt, jetzt halt nur like dieses Video. Mein Finger, Finger ist, glaube ich, gebrochen. Der ist am Zittern. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber... Manu, ist halt, bruder, ein Finger von dir sind, so wie drei von mir, Alter.